Herzlich willkommen bei uns und danke, dass Sie Ihre Geschichte mit uns teilen. Regina, Sie, man hört Ihnen an, Sie sind sehr beschäftigt mit dem, was diese Leute Ihnen angetan haben. Diese Leute, das kann man ja auch mal benennen, das sind Vertreter des DDR-Staats, Behörden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Ärzte, möglicherweise im Krankenhaus, Krankenschwestern. Da muss es ja einige geben, die heute noch unter uns leben, die vielleicht jetzt vorm Fernseher sitzen und diese Geschichte sehen und zuschauen. Was würden Sie diesen Menschen gerne sagen? Gibt es etwas, was Sie denen mitteilen möchten? Also ich würde denen auf jeden Fall sagen, wenn ich denen persönlich gegenüberstünde, dass diese Leute auf keinen Fall das Recht gehabt haben, ein Kind vor Tod zu erklären, obwohl es noch lebt. Weil, einen Verlust hat jeder schon erlebt irgendwo und das ist das Schlimmste oder die schlimmste Form, die es für einen Menschen eh schon gibt. Und wenn es dann bei einer Mutter passiert, also das ist nochmal was, es ist so viel Schlimmeres. Und ich würde denen sagen, dass ich sehr wütender auf diese Leute bin. Die hatten in keiner Form das Recht. Nachvollziehbarerweise wütend, weil das eine traumatische, eine doppelt traumatische Erfahrung ist, die ihm angetan wurde. Henriette F. Grützner ist bei uns, die das recherchiert hat in vielen Fällen und auch sie begleitet hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht man ja von möglicherweise Hunderten oder sogar Tausenden ähnlicher Fälle aus, die sich so abgespielt haben. Also unzählige Menschen in Behörden, in Kliniken, die ja Mittäterinnen und Mittäter gewesen sein müssen, kann man das nicht mehr zurückverfolgen? Also man muss erstmal ganz klar sagen, dass wir so froh sind, auch wenn es eine traurige Geschichte ist, dass das der erste deutschlandweit bewiesene Fall ist. Und anhand dieses Falles können wir sozusagen gucken, als Präzedenzfall, wie könnte das Ganze abgelaufen sein? Wie kann diese ganze Maschinerie überhaupt funktioniert haben? Haben viele davon gewusst oder wie ist das Ganze gelaufen? Das ist jetzt wichtig, dass wir das lückenlos aufklären, um dann auch anderen Müttern zu helfen, die natürlich auch suchen und denken, dass ihnen das widerfahren ist. Und berechnen wirklich damit, dass es kein Einzelfall ist. Aber wie kann das nach Jahrzehnten, wie in so einem Schweigekartell, unausgesprochen bleiben, wie das abgelaufen ist? Wer Mittäterin, wer Mittäter war? Das muss doch dokumentiert worden sein. Es gibt ja Akten, Vorgänge und so weiter. Gibt es eben nicht mehr. Das ist das Problem. Deswegen, also ich bin ja seit 2016 an dem Thema dran und es ist wahnsinnig schwer, in die Archive überhaupt reinzukommen. Ich kann mich erinnern, am Anfang 2016, 17, 18 hat überhaupt niemand mit uns gesprochen, auch in den Krankenhäusern. Also man kommt nicht ran an diese Akten. Und das ist genau das, was sich heute hiermit ändern soll, dass wir einfach schnelleren Zugang bekommen, auch nicht zwei Jahre warten müssen auf eine Stasi-Akte, um zu gucken, wie ist denn das passiert und wer steckt wirklich dahinter. Das heißt, das wäre jetzt auch der Moment für Menschen, die uns zuschauen und Mitwisserinnen, Mitwisser waren, auch Hinweise zu geben, weil es einfach eine große Erleichterung für viele Betroffene wäre. Eike, für Sie ja ganz genauso, weil Sie ja sich auch Ihr Leben, Ihre Biografien neu zusammensuchen müssen. Bei Ihrer Mutter stieg die Wut hoch. Die war wütend nach dem DNA-Test. Wo sind Sie mit Ihrer Wut hin? Gab es Momente, in denen Sie wütend waren? Ja, es gab eine Zeit, die ich im Heim war. Und es war ganz schlimm für mich, dass irgendwann gab es die Zeit, es kommt Weihnachten, alle haben sich gefreut, jeder durfte nach Hause, zu seinen Eltern, Verwandten oder was auch immer. Und ich saß alleine dort und habe das nie verstanden. Ich wusste dort schon, dass ich Adoptivkind bin und dass ich richtige Eltern habe. Und es war für mich unerträglich zu wissen, irgendwo jeder durfte nach Hause, nur ich nicht. Diese Nähe, die Sie jetzt versuchen herzustellen, Zeit, die man nicht aufholen kann, aber die man irgendwie kompensieren möchte, was war in dieser Zeit der bisher schönste Moment mit Ihrer Mutter? Gab es Momente in der Nähe? Ja, die Anfangszeit, wo wir uns kennengelernt haben, war die Situation ganz normal. Ich habe meine Gästezimmer, mein Bett gehabt und alles, alles toll eingerichtet, schön gemütlich für mich, dass ich mich auch wohl fühle. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, auf einmal geht die Tür auf, meine richtige Mutti kommt rein und gibt mir einen guten Nachtkuss. Das war das erste Mal, dass ich sie als richtige Mutti gefühlt habe, dass wir uns, das war was, was ich mein Leben lang erwartet habe. Man macht sich so viele Gedanken, was man vorhat, man lernt sich kennen, was will man sagen, was will man unternehmen und machen. Und dann kommt auf einmal der Kuss und du denkst, genau das war es. Ich habe natürlich auch gefragt, aber damit ein Verständnis, dass ich Ihnen einen guten Nachtkusschen geben darf. Aus dem einfachen Grund, ich wollte auch von mich wissen, empfinde ich das auch als Sohn. Und es ist wahrscheinlich schwer, das in dem Moment auch zu empfinden. Also das hat nicht vorhin so ernährt. Das ist was ganz anderes, wenn es der eigene Mutti ist. Aber für Ihre Mutter, die eben so in ihrer Seele, im Körper mit sich trägt, diese Verlusterfahrung, ist das natürlich ein ganz, ganz weiter Weg, das zu fühlen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber jetzt sind das die ersten beiden, bei denen es nachgewiesen werden konnte, dass da ganz offenkundig ein Verbrechen stattgefunden hat. Was weiß man inzwischen über diese mutmaßlich vielen, vielen anderen Fälle? Gibt es Ansatzpunkte? Sind Sie guter Hoffnung, auch da weiterzukommen? Also ich bin guter Hoffnung. Also wir müssen jetzt, das ist das Allerwichtigste, mit der Politik zusammenarbeiten. Die müssen sich wirklich jetzt mit dem Thema beschäftigen. Jetzt gibt es auch keine Ausrede mehr. Die haben gesagt, bringen uns einen Fall. Das habe ich jetzt gemacht. Hier ist der Fall. Es muss jetzt als Unrecht anerkannt werden. Und dann hoffe ich, dass ein Prozedere geschaffen wird, dass man den anderen Müttern auch helfen kann. Es werden sicherlich nicht alle, die suchen, betroffen sein. Bei manchen wird auch das Kind verstorben sein. Und die müssen das Trauma verarbeiten. Aber viele, ich rechne wirklich mit Hunderten, sind eben auch betroffen. Und ich bin auch sicher, dass in den Stasi-Akten, auch im Stasi-Archiv, in den Archiven noch Unterlagen sind, wenn wir reinkommen. Und das müssen wir machen. Und schließlich ist die Bundesrepublik ja irgendwie auch in Rechtsnachfolge und muss sich um Fragen wie Opferentschädigungen kümmern. Man könnte jetzt meinen, Regina, ganz naiv, nun ist doch alles gut. Da ist er ja wieder, der Junge. Aber diese Trauer über Jahrzehnte war ja eine ganz real Erlebte. Haben Sie das Gefühl, Sie können diese Trauer nochmal bewältigen und verarbeiten? Also die Trauer ist natürlich im Herzen ganz tief. Ja, man hat ja das gelebt. Und ich habe gemerkt, dass ich das alleine überhaupt nicht in den Griff bekomme. Also weder jetzt vom Verstand her noch mit dem Herzen. Und bin total überfordert und habe mir natürlich therapeutische Hilfe suchen müssen und auch Gott sei Dank schnell bekommen, weil ich total überfordert bin damit. Absolut, das gilt, glaube ich, für Sie beide. Da kann man Ihnen wirklich auch nur viel Erfolg und viel Kraft auf dem Weg wünschen. Ich weiß, auch für Eike ist da noch viel zu erledigen, den biologischen Vater, vielleicht weitere Geschwister ausfindig zu machen. Auch da sind wir dankbar für Hinweise. Es ist ganz gut, dass dieses dunkle Kapitel DDR-Geschichte jetzt erzählt wird. Und das tut eine vierteilige Serie, die Sie ab sofort bei RTL Plus streamen können, entrissen die verschwundenen Babys der DDR. Und Informationen zu dem ganzen Thema Zwangsadoption und vorgetäuschte Kindstode finden Sie auch bei uns auf stern.tv.de. Wie gesagt, auch eine wichtige Anlaufstelle für alle, die uns jetzt weitere Hinweise mitgeben können zu diesem Thema. Vielen Dank, Henriette Siegrützner, für die Recherche in diesem Fall. Und Ihnen beiden ganz, ganz herzlichen Dank für die Offenheit und das Vorbild, das Sie auch für andere sein wollen, Ihre Geschichte zu erzählen. Danke. Danke, dass Sie hier sein durften. Danke.